Wie ich am 21. März 2022 Altersrentner wurde. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 24. März mit Posteingangsstempel aus meiner Kanzlei, aus meinem Büro, habe ich einen Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee bekommen. Und dieser war vom 21. März ausgestellt. Und ich staunte nicht schlecht, meine Damen und Herren. Ich beziehe ab dem 1. April 2022 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Steht hier, sehr geehrter Herr Knöppel, die bisherige Rente wird neu berechnet und ich bekomme ab dem 1. April 2022 eine monatlich eine Rente von 1.096 Euro ausgezahlt. Da habe ich echt nicht schlecht gestaunt. Und nach den Feststellungen dieses Rentenbescheides habe ich sogar schon 45 Jahre gearbeitet. Da ich 1971 geboren bin, bedeutet das, dass ich mit Vollendung meines fünften Lebensjahres einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen sein müsste. Im ersten Moment habe ich gedacht, der Rentenbescheid ist ein schlechter Scherz. Und habe meinen Kollegen im Büro das Machwerk hier mal gezeigt. Und meine Kollegen meinten dann, alles klar Chef, du kannst jetzt in Rente gehen, nerv uns nicht mehr und tschüss. Ja, so ist es natürlich nicht. Ich bin noch kein Altersrentner. Ich habe also wirklich noch ein bisschen Zeit. Und offensichtlich, so kann ich nur vermuten, ist es bei der Übertragung des tatsächlichen Rentenempfängers bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee zu einem kleinen Fehler gekommen. Da hat also irgendjemand meinen Namen in dieses Adressfenster eingegeben. Und das ist dann hier weitergelaufen. Nach einem Telefonat mit einer wirklich netten Mitarbeiterin der DAV mit viel Humor und Lachen hat sich der Fehler aufgeklärt und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee wird dann einen neuen Bescheid mit dem richtigen Empfänger erlassen und den uns dann auch tatsächlich zuschicken. Sie sehen, auch auf Rentenbescheid24 passieren manchmal komische Dinge. So ist das einfach. Wir haben herzhaft gelacht. Ich war für kurze Zeit Altersrentner. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.